Guten Morgen, San Antonio. Heute ist Dienstag, der 17. Februar 2015. Heute ist heiß. Die Temperatur ist 70 Grad Celsius. Der Himmel ist bewölkung. Der Wind blasen die Wolke in der Himmel. In den Nachmittag, das Wind beruhigen. Die Temperaturen fallen also. Die Temperatur ist 55 Grad Celsius. Dankeschön und auf Wiedersehen.